Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblock. Mal wieder ohne Flo, denn ich erreiche den Typen nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ich erreiche ihn einfach nicht mehr. Und ja, ist ein bisschen scheiße. Aber was soll ich machen? Kann ich halt nicht ändern. Und warum haben wir noch acht Drohnen? Hm. Ich habe jetzt noch ein bisschen Cobblestone gefahren. Nicht viel, ein bisschen. Wie ihr seht. War jetzt nicht so mega. Zack, zack. Kann ich hier nochmal zwei packen und hier nochmal zwei. Ich muss mir echt eine neue Maus kaufen. Ihr merkt, ich klicke manchmal auszusehen zweimal. Beziehungsweise meine Maus klickt halt manchmal zweimal. Zack, zack. Dann kommt das hier hin. Ähm, die wollte ich eh entfernen, genau. Denn dort packe ich gleich nochmal ein paar Öfen hin. Ähm, zack. Öfen. Wir brauchen dafür Cobblestone. Wo haben wir denn den ganzen, ach ja. Hier haben wir den ganzen Cobblestone reingeklatscht. Machen wir mal ein paar Öfen. Zack. Zack. Dann haben wir ein paar. Könnte man eigentlich auch noch hier einen hinpacken. Zack, zack. Dann snack ich mir nochmal hier ein paar Slabs. Dann kommen da nämlich nochmal irgendwie Drohnen hin. Äh, muss ich nur gucken, wie ich das mache. Ich glaube dann, dass sich das entfernt. Und dann kann ich die nämlich hier raufpacken, die Fackeln. So. Kommt hier nämlich noch ein Ofen hin. Jo. So machen wir das. Passt so. Ja, passt so. Ähm. Das nehme ich mal mit. Kann ich das wieder hier reinpacken. Genau. Und hier hatte ich ja noch ein bisschen Kohle gebrannt. Stimmt. Das war alles fertig. Super. Ja, hier kommt nochmal eine rein. Hier kommt nochmal eine rein. Dann haben wir ein bisschen Kohle. Ähm. Ja, heute wieder ohne Musik auch. Ich wollte eigentlich noch... Gut. Ich habe kein Holz. Warte, hier ist noch Holz drin, oder? Ja. Komm, machen wir es so. Zack. Genau. Ich wollte nämlich den ganzen Schnee hier mal entfernen. Wo ist eigentlich schon so ganzen Schnee, meiner, hin? Sind die jetzt... Ist da hinten noch einer? Ich weiß nicht, ob da hinten einer ist. Wir müssen hier auch noch ein, ähm... Gitter vormachen. So ein Holzzaun halt. Weil... Ja, die Schneemänner sollen nicht zum Enderportal, weil sie ja ins End... Äh... Netherportal. Weil sie ja in den Nether gehen können. Und... Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ähm... Ja, das machen wir gleich auf jeden Fall. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich wollte den ganzen Schnee hier entfernen. Und... Eigentlich will ich auch diese Grasfläche da mal woanders hinpacken. Alter, irgendwie nervt die. Irgendwie nervt die. Ja, obwohl ich das halt alles gerne hier aus Dreck machen würde. So die ganze Etage hier. Eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ich würde die ganze Etage hier gerne mal aus Dreck machen. Ich denke, das würde ganz... Gut aussehen eigentlich. Aussehen hätten wir hier... Ähm... Glaube ich die Möglichkeit. Ich glaube, das geht nämlich doch noch. Das hier... Dings spawnen. So machen wir das mal weg. Das hier... Ähm... Ich schmeiß die ganzen Schneebelle gleich mal... Müll. So gesehen. Tiere spawnen. Tiere war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Genau. Ähm... Weil wir ja mal einen Huhn hatten letztens. In irgendeiner Aufnahme oder vor irgendeiner Aufnahme hatte ich auf jeden Fall einen Huhn. Und ich bin der Meinung, wir haben kein Ei geworfen oder so. Das heißt, das Huhn muss durch das Gras... Also durch den Dreck erschienen sein. Das heißt, ähm... Tiere spawnen doch noch... Normal. Einfach so. Auf Dreck. Oder auf Grasflächen. Deswegen würde ich halt die komplette... Etage, Ebene aus Dreck machen. Äh... Hatte ich mir überlegt. Und... Und... Ja, machen wir mal die ganzen Schneebelle hier. Zu normalen... Dingensens. Dann nehmen wir nochmal ein Stack raus und noch einen Schneeball. Ja. Ähm... Genau. Ich will halt, dass hier... Tiere hinkommen. Dann muss ich das auch nicht machen, dass wir uns... Die Dings cheaten. Die Tiere. Also Eier cheaten und dadurch dann... Ähm... Ja, hier Tiere bekommen. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das Dreck ausreicht. Weil... Dann würde ich dann doch nochmal... In die andere Welt gehen. Das heißt, in... Den Neter. Und dann nochmal in die weitere Welt. Um... Ja, dort ein bisschen Dreck zu holen. Und noch ein bisschen Sand sowieso. Sand brauchen wir auch unbedingt noch ein bisschen. So. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Sand. Okay. Äh... Holzzaun. Und nochmal normales Holz. Obwohl... Eigentlich brauchen wir nur... Äh... Ich brauche mal ein paar Sticks. Vier werden eigentlich sogar reichen. Zack. So war Holzzaun machen, ne? Eichenholzzaun. Verdammt. Das heißt... Äh... So. Genau. Zack. Dann brauchen wir aber noch einen. Damn. Scheiße. Ich muss da nochmal Holz holen. Dip, 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 dip. Wächst hier auf jeden Fall schon mal schön, ne? Dschungelbaum ist gewachsen, der erste. Das ist schön. Aber hier, das wird nicht... Hm. Egal. So an sich sieht das ja hier schon mal ganz gut aus. Nehmen wir hier ein bisschen Holz mit. Zack. Kann ich mir auch gleich nochmal... Ein paar mehr Sticks machen. Sticks kann man ja immer gebrauchen, ne? Wir brauchen noch zwei. So. Genau. Machen wir das mal so. Nein. Das mach ich mal hier hin. Ähm. Ja. Hier kommt nämlich noch einer hin. Obwohl ich weiß nicht, ob die Schneemänner so schlau sind und hier... drüber... laufen. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Dann ist wieder ein Creeper. So. Dann kommt hier nämlich noch ein Holzzaun hin. Ein Holzgitter. Weil hier... wollte ich das jetzt nicht drauf platzieren, weil da ja... eigentlich Dings hinkommen soll. Ja. Dreck hinkommen soll. Wollte ich darauf jetzt nicht extra... alles platzieren. Ich kann mal das Essen rauspacken aus dem Inventar genau. Ah. Ist sogar schon gewachsen. Das ist perfekt. Dann kann ich das nämlich... schon mal... abreißen. Eigentlich wollte ich mich heute um die Monsterfarm kümmern. Ich fährt mir grad so ein, aber... dann dachte ich mir so, nee. Ähm... Genau. Dann muss ich eigentlich noch so machen. Und dann machen wir mal Steindruckplatten. Ähm... Nein, machen wir nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ne. Eins, zwei, drei, vier. Doch, vier. Vier ist richtig. Ähm... Ja, wir müssen nämlich eigentlich noch Steindruckplatten machen. Das ist halt die eine... äh... Challenge-Aufgabe. Was auch immer. Und Pilze sind doch gewachsen. Oben noch nicht. Unten sind, glaube ich, ein paar gewachsen. Auf jeden Fall. Wenn ich das richtig erkannt habe. Und... dann würde ich sagen... Kümmern wir uns erstmal hier drum. Ja, das müssen wir so lassen. Jetzt machen wir erstmal die Reihe hier komplett weg. Ich glaube, dafür dürften wir genug Dreck haben. Aber ich glaube, dann werde ich Offscreen auf jeden Fall in die andere Welt gehen. Ja, ich glaube, das mache ich Offscreen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre, wenn ich euch so mitnehme. Ich weiß nicht. Und... Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt hattet. Aber im letzten Part war wieder... äh... dieser Aufnahme-Bug, den ich jetzt schon öfter in Minecraft hatte. Und auch letztens schon in... Pokémon. Äh... Sodass ich wieder ein bisschen was rausschneiden musste. Aber das war nicht wichtig. Ich habe eigentlich nur Holz gefällt. Und... Ich weiß nicht, was ich genau erwähnt hatte in dem... Teil. Ich glaube auch nichts Wichtiges. Ich habe halt Musik angemacht. Ähm... Die jetzt aus dem einfachen Grund nicht läuft. Weil halt... Copyright-Tracks drin sind. Oh Gott! Ohoho! Alter! Vater! Oh! Boah! Äh... Der le... Der letzte Teil davon. Der... Äh... Ich meine... Nicht der letzte. Ich glaube... Oder was das letzte? Weiß ich nicht. Huh! Auf jeden Fall... Ähm... 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 MMM von Linkenpark. Den Nump-Nightcore-Mix. Wenn das Nightcore war. Ich glaube eigentlich war das Nightcore. Ähm... Ja... Der hat... Copyright-Verletzungen. Und... Ja... Ich weiß halt nicht was noch von den Sachen Copyright... ...ist. Copyright... Ja... Verletzungen... Macht. Was auch immer. Ähm... Deswegen... Ja... Habe ich die Liste jetzt nicht an. Ich weiß halt nicht... Wie ich das machen soll. Oh bitte. Einmal. Danke. Und dann brauche ich gleich ein Kürbis-Seed. Kürbis-Kerne. Danke. Zack. Weizen rein. Ich könnte wieder zwei Brote machen. Aber das lassen wir erst mal. Wir haben auch Unmengen an Melonen. Ähm... Ich bin noch am überlegen. Ob ich vielleicht auch in der anderen Welt mir ein Villager-Dorf suche. Damit wir uns Kartoffeln und Karotten hier anbauen können. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube das mache ich nämlich. Ich weiß nicht. Irgendwie... Hätte das Style, oder? Meinte nicht. So. Hier auch dann. Äh... Zack. Hier auch dann Kartoffeln und so anzubauen. Ja. Au. Verdammt. Ja, jetzt ist das ein bisschen schwer hier hochzukommen. So. Nice. Zack. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das doch... Ne, das machen wir nicht. Ich will das jetzt nicht machen eigentlich. Äh... Wir nehmen uns jetzt Cobblestone. Und das hier. Machen uns noch ein paar Slabs. Und noch ein paar Zäune. Und ich glaube... Ja, das können wir auch dann da hinten machen. Und dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Hi Enderman. Dreckshure ey. Für dich habe ich mich... Habe ich mich eben mega erschrocken. Achsch. Ähm... Ja. Dann werden wir jetzt hier erstmal weiterbauen. Nachdem ich den Creeper... Ihr merkt, meine Maus hat gerade mega abgespackt. Ich weiß... Och, die sind da... Warte, ist noch ein Creeper? Und zwar hat sie gerade einfach... Aufgehört zu schießen. Beziehungsweise aufzuladen. Ich habe nicht losgelassen. Nein. Es war einfach nur... Dass der... Knopf nicht mehr funktioniert hat. Ich muss mir unbedingt eine neue Maus kaufen. Entweder klickt er mehrfach oder... Wird nicht angenommen. Der Druck... Ja, jetzt zum Beispiel. Ich drücke eigentlich Rechtsklick. Aber... Es wird nicht angenommen. Dieser Rechtsklick. Ist ein bisschen behindert. Aber... Was soll's. Zack. 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 Brauche ich das hier weiter? Genau. Ne. Doch. Ne. Ist ein bisschen hoch, oder? Machen wir das mal so. Zack. Und dann mache ich das jetzt nochmal weg. So. Gut. Ich glaube, das ist eine gute Höhe. Es muss ja nur... Ne. Damit wir nicht runterfallen. Nur deswegen ist das ja. Und... Warte mal. Hier kann ich dann nicht drauf platzieren, ne? Ne. Genau. Das ist hier rauf. Zack. Zack. Da muss ich das wieder... Ich kann mich... Ich kriege das nicht da unter, oder? Kriege ich das da unter? Nein. Heieiei. Hab ich mich erschrocken. Ist okay. Zack. 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 Okay. So. Dann kann ich das hier eigentlich symmetrisch wieder hochbauen, ne? Warte mal. Das ist dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geht das 1 wieder hoch? Und dann... Hoch rechts. Okay. Warte mal. Zack. Dann 1 hier hin. Dann 1 hoch. Dann wieder, wie es aussieht, 3 nach da. Also so. Dann wieder... Hoch. Dann wieder... Äh... 3. Hoch 3. Hoch 3. Okay. 3. 3. 3. 3. Ne, warte mal. Das wird jetzt lang gezogen. Das ist komplett zurück. Oder wie? Hier geht das erstmal 1 nach da. Dann 1 runter. Ich glaube, ich brauche mal Zäune. Ich habe noch 8. Wow. Runter. Noch da. Okay. Da. Dann wieder... 1 runter. Und dann... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das müssen da 3 sein. Okay. 1, 2, 3. Danke, Maus. Dass du wieder doppelt gekriegt hast. Dann wieder 1 runter. Und dann schließt sich das eigentlich schon da an. Okay. 1 runter. Und dann... Noch da. Und da. So. Perfekt. Okay. Dann kann ich das eigentlich... Alles hier jetzt so anschließen. Sag ich mal. Ist ja nicht wirklich anschließen. Ich meine, das klingt ein bisschen komisch. So wie... Als würde man Stecker oder so irgendwo reinpacken. Aber egal. Der Part ist doch gleich schon zu Ende. Was? Alter. Wie lange... Wow. Ich nehme gleich ein paar Folgen am Stück auf. Aber mit einer Unterbrechung... Ich... Ich glaube, deswegen habe ich vorher noch das Thema angefangen. Mit dem... Mit der Aufnahme. Weil ich eigentlich sagen wollte... Dass ich... Ja. Jetzt nicht mehr am Stück aufnehme. Sondern halt 20 Minuten Parts. Und dann... Weiter aufnehmen. 20 Minuten. Äh, Minuten. Aufnehmen. 20 Minuten. Aufnehmen. Äh. 20 Minuten Pause. 20 Minuten. Warte mal. 20 Minuten aufnehmen. Kurze Pause. Also Part Band. Wieder aufnehmen. 20 Minuten. Part Beenden. Klar. Vielleicht zwischendurch mal ein Part länger. So 25 Minuten oder so. Je nachdem. Ich will das jetzt nämlich fertig kriegen eigentlich. Weswegen ich halt... Ja. Hier jetzt definitiv... Ein bisschen länger machen werde. Zack. 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 Aber... Ja. Zum Großen und Ganzen. Shit. Das wollte ich nicht. Das war... Einer zu weit unten. Zack. 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 Habt ihr momentan irgendwie eine Serie oder so. die ihr mega suchtet. Ich schon. Ich suchte momentan wieder mega The Blacklist. Ich finde diese Serie einfach so mega geil. Es ist unglaublich, ey. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht. Ich feier sie. Ich feier diese Serie. Ich bin jetzt, glaube ich, dritte Staffel irgendwie bei irgendeiner Folge. Gute Beschreibung, ne? Gute Beschreibung, ne? Super gute Beschreibung, ich weiß. Diese Geräusche halt. Ähm. Es ist einfach... Ich weiß nicht. Ich finde diese Serie einfach mega krass. Sie ist mega spannend. Finde ich. Ne? Das ist jetzt meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das ja gerne. Mach mal es mal. Mach mal es so. So. Ich habe auch keine Zäune mehr, ne? Ne. Das heißt, ich werde jetzt erstmal neue Zäune machen. Ich kann ja auch nirgends rausfallen eigentlich, ne? Ne. Das ist ganz gut. So. Ich glaube, 60 Zäune dürfte reichen. Obwohl. Kann ich hier irgendwo rausholen? Ne, ne? Ne, super. So, dann würde ich sagen, dass wir dich eigentlich recht symmetrisch machen. So. Hier musste ich eigentlich dann jetzt schon wieder höher machen. Hm. Wie mache ich das denn symmetrisch? Kann ich hier nicht hoch? Wieso kann ich hier nicht hoch? Mach jetzt. Ähm. Ich glaube, ich mache das... Nein. Oh, egal. Mache ich gleich weg. So. Dann hier und dann wieder ein hoch. Sodass das dann genau so irgendwie aussieht. Zack. So bin ich jetzt auf der Höhe. Ja, genau. Dann wieder ein hoch. Äh. Zwei. Drei. Wieder ein hoch. Zwei. Drei. Wieder ein hoch. Zack. Zack. Hier auch wieder ein hoch. Nein. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ha, 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 ha. Hi. Hu, ha. Hi, hi. Wieso bin ich da gerade runtergefallen? Ich habe doch gesneakt. Das finde ich jetzt gerade ein wenig unlogisch. So. Das hätten wir. So, dann will ich das gleiche nochmal hier machen. So, von dort anfangen. Nein, das war einer jetzt zu niedrig. Wow. Gut, Doki. Super, Doki. Ich bin stolz auf dich, Doki. Dann geht das hier schon hoch, ne? Genau. Habe ich das. Ein nach da. Gleich hoch. Dann wieder ein nach da. Und hoch. Wieder ein nach da. Hoch. Wieder ein nach da. Hoch. Dann so. Hoch. Genau. Zack und zack. Hoch. Zack. Zack. Hoch. Zack. Hoch. Zack. Hoch. Oder? Aha. Hier habe ich das auch die ganze Zeit. Ein hoch. Genau. Gut, dann hätten wir das. Dann will ich jetzt nur noch schnell die Slabs raufklatschen. und dann ein bisschen drunter klatschen. Und dann sind wir auch fertig mit dem Part. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Genau. Genau. Okay. Runterfunker wir auch nirgends. Das ist super. Perfekt, du. Schöne Sache. So. Okay. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So. Und schön die Geräusche ignorieren, die mir hier die ganze Zeit entgegengeflogen kommen. Hört sich echt lecker an, wie da dieser Knochen bricht. Das ist echt... Oh. Richtig, richtig geil. Findet ihr nicht auch? Findet ihr nicht auch? Bestimmt. Bestimmt findet ihr das. Zack, 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 zack. Nice. Gut, dann haben wir die Monsterfalle jetzt auch fertig. Dann brauche ich nur noch eben eigentlich... Wie später? Ah. Ich brauche halt hier noch Fackeln, ne? Sagen, dann kommt dort eine hin. Dann kommt dort eine hin. Und... Ja, komm. Das mache ich gleich. Das mache ich dann später. Obwohl... Ja, doch. Das machen wir im nächsten Part. Hoha. Ich wollte dann erst Glowstone nehmen, aber dann dachte ich mir so... Nee. Machen wir jetzt nicht. Äh, ich habe ja... Aha. So, 64 Fackeln. Damit leuchte ich jetzt dahin. Erstmal aus. Dann kann ich hier auch nochmal Fackeln und Fackeln. Kommt mir nämlich hier noch ein bisschen duster vor. So, manchmal. Ein Monschenpunkten. So. Gut, dann leuchte ich noch schnell aus und dann... Haben wir es auch. Wenn ich da oben eine Fackel habe. Eigentlich schon. Zack und zack. Kann vielleicht sein, dass es da ein bisschen zu ausgeleuchtet ist. So für manche Leute. Aber ich gehe da dann lieber auf Nummer sicher, muss ich sagen. So würde ich sagen, ich will da nochmal zwei Fackeln. Weil es auch wirklich ausgeleuchtet ist. Welche ist denn das? Ich weiß nicht, welche das... Eins, zwei, drei hoch. Gut. Es geht auch drei hoch dann. Zack, 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 zack. Oh nein. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Ist dir gerade ein... Dings rausgefallen? Warte, was ist das da? Okay. Ach ja, okay. Gut, ich wollte mir das nur kurz angucken. Ich weiß nicht, was habe ich da hingebaut. Als... Seitenschutz. Sag ich mal, als wir die Monsterfalle noch nicht gebaut hatten. Zack. So, dann hätten wir das jetzt. So. Dann wären wir soweit fertig. Mit diesem Part. Monsterfalle ist jetzt komplett fertig. Wir machen daran nichts mehr. Erstmal. Wir werden jetzt im nächsten Part... Ah, doch zusammen in die andere Welt gehen. Und ein bisschen... Dreck holen. Ich würde dafür vielleicht auch noch eine Diashaufel machen oder so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. No. No.